Hier sehen Sie den Ruheraum. Wenn man nach der Massage sich einfach ein bisschen erholen möchte, kann man sich wunderschön hier reinlegen. Man kann einfach die Ruhe hier genießen, was man hier hat. Hier haben wir gegenüber auch nochmal Massageraum Nummer 5. Das ist für die klassische Massage Sinti. Da kann man sich dann zu zweit massieren lassen. Der ist auch Whirlpool. Da hat man dann mit Whirlpool. Da kann man sich es dann mal richtig gut gehen lassen. Schön ist gut. Da hat man es dann richtig schön. Da kann man sich zu zweit hier reinlegen. Whirlpool. Und lässt sich mal schön zusammen massieren.